ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play dirt 4 heute ist wieder montag die letzte komplette woche hier bei dirt 4 wie gesagt ab nächste woche also jetzt nicht das wochen was jetzt kommt sondern danach das woche ende geht dann auch endlich wieder los mit form lines nämlich ab dem 28 juni müsse das sein ja der freitag sachen 20 da gibt es dann endlich los mit form lines auf dem kanal auftrag aus australien so aber jetzt erst mal ein bisschen dort wir fangen an mit der historischen intercontinental ready machen wir das doch fangen wir an mit fünf strecken in sparen wie groß die strecken mal an von der länge her zumindest wenn er die mal laden würde 4,3 7,5 4,16 machbar seien theoretisch sogar in einer folge na gut kann man los geht und sparen guckt noch mal schön da wollte ich auch noch mal 3 3 6 8,36 und etwas länger die folge aber dann zwar ok das geht noch also das kriegen wir vielleicht sogar alles in eine folge also nicht beide sind einmal für zwei aber australien sparen gut verwalten heute zumindest mit dem ersten teil und zwar mit der ersten schrecke die 4,3 kilometer lang ist die sternen der farbe in fitzware australien da wollen wir auf jeden fall hin die zeit ist ungefähr viertel vor einsatz nur 44 sitz unten rechts wir stehen im servicebereich das wetter wird bewirkt also der bedingungen eigentlich so dann geht's los dann gehen wir los mit unserem peugeot zwei oder fünf auf dieser strecke die sicht ist eigentlich nicht so die ersten führer der führer der durchsgelegten der 2,7 und 3,6 nachdem wir die zeit packen können 3,4,3,2,1 los 100 durch senke rechts halten über kuppe 80 durch senke und kuppe rechts hinten links 86 senke durch tor 100 rechts nicht schneiden achtung langspruch rechts nicht schneiden rechts halten über kuppe 80 achtung links 60 durch senke links halten über kuppe rechts 6 nicht schneiden mittig halten über kuppe 100 durch senke aber keine zielvorgaben rechts halten über kuppe links 6 rechts halten über kuppe nicht schneiden rechts 2 kuppe 80 links halten über kuppe 80 links 5 kuppe in kuppe nicht schneiden 80 durch senke links 5 lang nicht schneiden kuppe senke rechts 3 über kuppe 80 durch senke kuppe links 5 senke für fahrrad gehen links 5 senke links 3 lang machen zu über kuppe schön gut los hier rechts 5 in links 6 lang macht zu über kuppe nicht schneiden rechts 5 60 rechts 5 lang Achtung, Kuppel, leicht Sprung, rechts 5. Durch Tor, Kuppel, senke, rechts 3, über Kuppel, 80, durch senke. Kuppel, 200, senke, rechts 5, Kuppel, kehr links, Lenn, 60. Rechts 5, lang, rechts, leicht. Ja, wir haben den Schwerzort verlieren. Achtung, Kuppel, leicht Sprung, rechts 5. Nicht schneiden, 80, durch senke. Kuppel in rechts, halten über Kuppel, 110, durch senke, 80, durch senke. Vorsicht, Kuppel rechts 5, in links, 6, 80, 80, durch senke, links 3, über Kuppel, senke, Kuppel, durch Tor, 60, Achtung, rechts, rechts 3, bis Ziel. So, alles klar, langsam. Wir haben ja noch gewuppt, Gott sei Dank. Das ist sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Na, da war aber auch trotzdem nicht ganz souverän, aber egal. Gut, okay, dann gehen wir weiter in den zweiten Lauf. Heute, mit 7,51 Kilometern, aber danach kommt wieder das kürzere Stecker. Also das ist jetzt die längste Strecke, die jetzt kommt. Wieselregen. Na komm. Das Auto sieht etwas mitgenommen aus, aber mechanisch ist alles in Ordnung. Das ist das Wichtigste. 5, 4, 3, 2, 1, los. 110, durch senke. Senke. Welle. 100, durch senke. In Kuppel, gleich Sprung. 80, 80, durch senke. Links 3, über Kuppel. Senke, Kuppel, durch Tor. Links 5, Kuppel, Kuppel. 80, durch senke. Links 5, Lappen. 80, durch senke. Links 3, über Kuppel. Senke, Kuppel. Das ist nicht irgendwie die Gesamtzeit gar nicht. Durch vor, Kuppel, senke. Rechts 3, Kuppel. Ich habe die 2 Sekunden Vorsprung. 80, durch senke. Kuppel. Rechts 5, Lappen. Achtung, Kuppel, gleich Sprung. Rechts 5. Rechts halten, über Kuppel. 80, Achtung, Kuppel links. 2, 60, durch senke. Links halten, über Kuppel. Rechts 6, nicht schneiden. Rechts 3, nicht schneiden. In links, 2, lang, macht auf. In rechts 4, macht auf. Nicht schneiden, links halten, über Kuppel. 100, durch senke. Mittig halten, über Kuppel. 80, rechts 5, rechts schneiden. 80, durch senke. Links 5, lang, macht zu. In rechts 3, links 6, rechts halten, über Kuppel. Da soll ich aufpassen, dass wir gar nicht runterrutschen. Rechts 2, Kuppel, 80. Links halten, über Kuppel. 80, senke. Welle, 100, durch senke. In Kuppel, gleich Sprung. 80, Vorsicht. Rechts 2, in links 3, Kuppel. In rechts 4, senke. Welle, 100, durch senke. In Kuppel, gleich Sprung. 100, mittig halten, über Kuppel. 100, durch senke. Rechts halten, über Kuppel. Achtung, links 3, verengt sich. In rechts 4, macht auf. Lang, 80, durch senke. Links 5, rechts schneiden. Rechts 5, 80, durch senke. Links 5, lang, macht zu. Nicht schneiden. In rechts 3, mittig halten, über Kuppel. Links 2, links 2, links halten, über Kuppel. 100, durch senke. Mittig halten, über Kuppel. 80, links 3. In Kuppel, rechts 3, nicht schneiden. In links 2, links halten, über Kuppel. 100, durch senke. Mittig halten, über Kuppel. 80, rechts 4. In links 3, nicht schneiden. In rechts 4, macht auf. Links halten, über Kuppel. 100, durch senke. Mittig halten, über Kuppel. 80, links 3, nicht schneiden. In Kuppel, rechts 3. In links 2. Rechts halten, über Kuppel. 80, Achtung, Kuppel, links 2. 60, durch senke. Links halten, über Kuppel. Rechts 6, Achtung, links 3, verengt sich. In rechts 4, macht auf. 80, durch senke. Links 5, nicht schneiden. Sobald ich zielt, dann war das nicht. Rechts 2, in links 3, Kuppel. Nicht schneiden. In rechts 4. Links halten, über Kuppel. Vorsicht, rechts 1. In rechts 4, über Kuppel. Links 4, macht zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 60. Rechts 5, nicht schneiden. Bis zielen. So, da sind wir schon. Und dann haben wir Achtung Nummer 2 auch heute. Das ist gut für den Marsch. Boah. Ich bin zwar tatsächlich, da war ich ein bisschen zu schön. 49 Sekunden haben wir mit dem Vorsprung. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Jetzt geht's weiter mit dem nächsten kürzeren Stück. Blacklands Creek mit 4,6 Kilometern. So, geht's jetzt gleich weiter. Auf geht's. Die Bollen und Schrammen haben offenbar keine Auswirkung auf die Mechanik. Also alles gut. 5, 4, 3, 2, 1, los. Links halten über Kuppel. Kuppel, vielleicht Sprung. Runde 50. Achtung, Bremsen, Bälle, kehre rechts. Kuppel links 5, durchsenke. Rechts halten über Kuppel. So, schicken wir rum. Links 5, Kuppel, Kuppel, 80, durchsenke. Links 5, nach 60, rechts 5, lang. Achtung, Kuppel, vielleicht Sprung, rechts 5. Ich bin so konzentriert, dass ich gerade etwas weniger kenne. Das ist mittlerweile. Kuppel, 100, durchsenke. Kuppel, vielleicht Sprung, senke. Links 5, senke. Links 3, lang. Klinge war fiesig. Rechts 5, in links 6, lang. Mach zu, über Kuppel, nicht schneiden. Rechts 5, 200. Links 6, in rechts 2, lang. 60, 80, durchsenke. Links 3, über Kuppel. Senke, Kuppel, senke. Das ist nicht ehlisch ein Ärger zu machen. Kuppel, 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 durchsenke. Kuppel, vielleicht Sprung, senke. Rechts 6, in links 5, über Kuppel, 80, durchsenke. 80, rechts 3, 60, nicht schneiden. Rechts 2, nicht schneiden. Links 4, mach zu. In rechts 3, nicht schneiden. In links 4, 60. Rechts 4, nicht schneiden. In links 3, in rechts 4, mach auf, nicht schneiden. Links 4, mach zu, nicht schneiden. In rechts 3, in links 4, nicht schneiden. 60, links 3, in Kuppel, rechts 3, nicht schneiden. In links 2, rechts halb, über Kuppel, 80. Achtung, Kuppel, links 2, 60, durchsenke. Links halten, über Kuppel, rechts 6, nicht schneiden. 80, durchsenke. Vorsicht, Kuppel, rechts 5, in links 6, 200. Links 6, in rechts 2, nach. Perfekt hat sich. 60, bis Ziel. So, dann haben wir das auch geschafft, wunderbar. Perfekt, fahr zum Marschall. Gut, auch das ist alles. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Merci, wunderbar. Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Teil, Nummer 4. 5,77 Kilometer steht auf jeden Fall heute an. Aber wie gesagt, die nächsten schrecken wir dann wieder ein bisschen was kürzer. Ich weiß gar nicht, wie weit die Gesamtführung mittlerweile ist. Ist wahrscheinlich sehr hoch. So, das ist Nummer 4. Also wie gesagt, die Wertungsprüfung Nummer 4 an des ersten Events. Also wie gesagt, danach kommt noch eine Wertungsprüfung, kommt danach noch. Und dann sind wir durch heute. Ich glaube, wir müssen mal 19. Okay, bedenke, dass auf der Strecke ein Unfall passiert ist. Das ist eine wichtige Information. 5,4,3,2,1. So, das ist wieder erhöhter, vorsichtig, 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 vorsichtig. Kuppe, rechts, 5, in links, 6, durch Tor, 80, links, 5. Wenn man da schon mal passiert, dann können wir jetzt nicht so Gas geben. Rechts, 6, lang über Kuppe, nicht schneiden. Links, 5, 80, durchsenke. Kuppe in rechts, halten über Kuppe, unter 10, durchsenke. 200, senke rechts, 5, Kuppe, kehre links, wenn es 80. Rechts, 6, in links, 5, Kuppe, kehre links, wenn es 200 ist. Das ist ein Stück, der Kuppe, vor allen Dingen. 80, durchsenke, 80. Rechts, 3, 60, nicht schneiden. Rechts, 2, nicht schneiden. Das hat man keine Zeitstraße gekriegt. 80, durchsenke. Links, 5, lang, macht zu, in rechts, 3. Links, 6, in rechts, 5. Und Achtung, links, 3, innen halten, verlinkt sich, rechts, 2. In links, 4, Kuppe, senke. Das war ja zu schnell voll. Und Achtung, links, 2, rechts, 6, Kuppe, rechts, 4. Und Achtung, links, 2, verhängt sich, Kuppe, rechts, 3, innen halten. Uh, da sind wir auch wieder da. Ach, wir brauchen schon den Spiegel, ne? Der Spiegel ist schon wieder weg. Rechts, 2, in links, 3, Kuppe. In rechts, 4, nicht schneiden. Achtung, links, 4, über Kuppe. In links, 1. Rechts halten, über Kuppe. Rechts, 4, nicht schneiden. In links, 3. In rechts, 4, macht auf, nicht schneiden. Rechts, 3, nicht schneiden. In links, 2, lang, macht auf. In offener Kehre, rechts, 80. In rechts, 3. Rechts, 5, nicht schneiden. Ja, ein bisschen zu weit rausgekommen in der Ecke. 80, durchsenke. Links, 5, lang, mach zu. In rechts, 3. Rechts, 5. 80, durchsenke. Links, 5, lang, mach zu. In rechts, 3. Aber der Abstand ist groß genug. Links halten, über Kuppe. 100, durchsenke. Mittig halten, über Kuppe, 80. Rechts halten, über Kuppe, 80. Achtung, Kuppe links, 2. 60, durchsenke. Links halten, über Kuppe. Rechts, 6. Achtung, links, 3, verheckt sich. In rechts, 4, macht auf, nicht. 80, durchsenke. Links, 5, nicht schneiden. Rechts, 5, nicht schneiden. 60, nicht schneiden. Rechts, 2, nicht schneiden. Links, 2, 60, nicht schneiden. Links, 3, nicht schneiden. Links halten, über Kuppe. Bis ziehen. Okay, dann haben wir das auch erledigt. Okay. 34,5 Sekunden. Also 8 Sekunden, weil ich nochmal den Sektor drauf gehauen. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Mhm. Wieso? Gut. Und der letzte Teil, der nochmal genauso lang sein wird wie die jetzige. Die letzte Prüfung mit 5,82 Kilometern auf jeden Fall. Jetzt nochmal. Die Wong-Wibinda-Form. Welcher Name? Die ist noch kurz ausgesprächen, im Gegensatz zu Wales oder sowas. Gut. Das Auto ist trotz des Aussichts in gutem Zustand. Ach, warte. Schau wir schon hin. Räuft. 352, ist die Vorgabenzeit. 5, 4, 3, 2, 1, los, 100 durchsenken, rechts halten, überpuppen, rechts 5, nicht schneiden, 80 durchsenken, links 5, lang, macht zu, in rechts, 3, mittig halten, überpuppen, 100 durchsenken, rechts halten, überpuppen, rechts 5, 80 durchsenken, links 2, in links 2, überpuppen, rechts schneiden, in rechts 4, kuppen, senken, rechts 3, überpuppen, 80 durchsenken, kuppen, links 4, und Achtung, rechts 2, überpuppen, in rechts 2, rechts schneiden, 80 durchsenken, links 5, links 5, senken, nicht schneiden, links 3, lang, macht zu, überpuppen, rechts schneiden, 60, rechts 5, lang, nicht schneiden, Achtung, kuppen, leicht sprung, rechts 5, nicht schneiden, 80, Achtung, bremst, hellen, kehre rechts, kuppen, links 5, durchsenken, rechts halten, überpuppen, links 5, in rechts 4, nicht schneiden, in links 3, überpuppen, in rechts 5, rechts 2, in links 3, kuppen, in rechts 4, nicht schneiden, links 2, 60, nicht schneiden, links 3, nicht schneiden, links halten, überpuppen, 100 durchsenken, mittig halten, überpuppen, 80, links 3, nicht schneiden, in Kuppel, rechts 3, in links 2, rechts 5, 80 durchsenken, links 5, Langbach zu, in rechts 3, links 5, in rechts 3, überpuppen, in links 4, nicht schneiden, in rechts 5, 60, 80 durchsenken, links 3, überpuppen, senke, Kuppel, 150, links 6, in rechts 2, Langbach, 60, links 5, Kuppel, in Puppe, mit schneiden, 80 durchsenken, links 5, lang, nicht schneiden, links 5, lang, nicht schneiden, links 5, lang, nicht schneiden, wir brauchen die Schuhe. Nicht schneiden, links 5, rechts 5, in links 6, Langbach zu, überpuppen, nicht schneiden, rechts 5, 60, senke, Kuppel, 100 durchsenken, Kuppel, vielleicht Sprung, senke, links 5, senke, nicht schneiden, links 3, Langbach zu, überpuppen, nicht schneiden, 80 durchsenken, links 3, überpuppen, links 3, überpuppen, senke, Kuppel, durch Tor, links 4, und Achtung, rechts 2, überpuppen, in rechts 2, 80 durchsenken, links 5, durch Tor, 110 durchsenken, links 5, durchsenken, links 5, überpuppen, vielleicht Sprung, 200 bis Ziel sein, bis Ziel. Da haben wir ein bisschen Abseits in den gelesen, ja klar, da haben wir verloren, definitiv. Aber egal, wir haben es geholt. Der erste Teil geht an uns, das erste Wind. Das ist sehr gut gelaufen, tolle Wertungsprüfung, gut gemacht. Gut. Das Ding haben wir geholt. Auch wenn das heute scheiße aussieht, aber egal. So, mal gucken, was wir kriegen, Quell jetzt. Das reicht auch nicht, ja, Level 40, schade. Gut, den nächsten Teil in Spanien sehen wir uns dann morgen, ne? Bis dann und tschüss.